so freude und hier bin ich wieder mit ihm schon auf ja ich habe schon auf mit heroes of the store so bevor ich schlafen gehe nehme ich noch eine runde auf leute ja nein wir spielen nämlich im anderen er ist ja schon atanis oder habe ich ja eine andere quest ich habe schon meine quest erledigt aber wir spielen jetzt das hanis leute wie dem ich bin ich nicht schlecht okay so und dann starten wir jetzt mal im moment dafür nehme ich doch ein ne ne das passt schon zum start jetzt mal und dann kann es gleich losgehen okay die wahl der schlange da jetzt mal ein bisschen da gucke ich mir aber okay da guck ich mir gar nichts an immer wenn ich mir was angucken will schade ist immer sofort mann okay gut dann geht es mal los wie wir sagen schwarz herzbucht gut das müssen wir machen leute lesen euch durch weil ich will nicht viel erklären und ja so da okay ja das sollten wir dann geht jetzt mal los leute so 10 sekunden ok so wir werden jetzt mal am anfang in die mitte reingehen also da in die mitte weil da das ist halt so ein aussichtspunkt wenn wir das haben am anfang dann sieht man halt mehr bei dieser stelle ich weiß nicht genau was da so bringt am anfang aber man sieht immer mehr weil später wird er sowieso dann wieder weggenommen und dann ja immerhin man zieht das sehen ist wichtig okay ich bin schon dabei so warte oh ja oh ja okay 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 oh nein zurück zurück leute zurück okay oh mein gott oh mein gott so okay ja mhm ja das ist ja ja mhm ups ja okay so und jetzt müssen wir die schätze einsammeln ich weiß ich hab's nicht gesagt ich erklär es nicht aber ich erklär es aber trotzdem noch immer mein schatz und da muss man die schätze abgeben ist das grau männer ja das ist grau männer okay grau männer ist nicht so gefährlich also mit den lieben hier so gut so ich habe hier 15 da gebe ich die mal ab so da oh da sind die anderen schon ok ich muss vorsichtig sein leute ich muss vorsichtig sein vorsichtig sein verdammt ich habe meine minzen verloren los leute gebt gas ihr macht das go ok 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 ja aha ok nova die nova ist nämlich gut sie ist ganz sneaky peaky unsichtbar modus ich komme ja ja die map ist ganz schön ja ganz schön hektisch muss ich sagen und und die gegner geben gerade ab nee das dürfen die nicht oh nee oh nee oh nee ok 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 leute kommt kommt zwei hilfs wir nicht einfach klar dass wir hinten macht jetzt einfach weiter attacken das schaffen wir schon so da oh oh das kann ich auch was du kannst so so den drachen dann ist er nicht mehr so viel halt ok so gut so wir haben es ganz gut gemacht für den anfang so dann müssen wir noch weitere mitzinsammeln indem wir die zöchternlager und die zöchternlager schön reinnehmen mitzinsammeln und damit können wir das äh ja schaffen so ok ja ich geb mal ab wieder mitzinswert vor so ok was wir gerade noch mal ja ok 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 die lauf weg komm die lauf die die so ok die ist jetzt sicher leider sie ok 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 was mach ich denn da was mach ich denn da das ist nicht gut was ich da mache das ist nicht gut oh 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 oi 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 das ist nicht gut ok 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 ja mhm die da sind da unten ok ja ja mhm ok 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 jetzt wird es knapp jetzt wird es knapp wenn du noch eine Mütze dann hilft der captain innen wir brauchen noch drei das schaffen wir das schaffen wir komm los Leute los Leute kommt rein rushen wir dürfen nicht abgeben und holen wir den da her wir müssen angreifen ich glaube das ist aber nicht so gut wer mit der tank eingreift egal immerhin der ist tot kommt der nächsten einfach attacken einfach attacken ich muss zurück so auf dem auf dem weh dran go go hey die haben abgegeben so dann haben sie abgegeben da will ich da will ich egal da habe ich es übersehen egal aber wir können gleich sowieso abgeben wenn wir genau wenn wir ein zirkener lager einnehmen nein wenn wir ja gleich da bleiben so so ok ok Leute los 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 gibt es ab gibt es ab ihr könnt es machen go 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 power ranger go power ranger los gibt es ab oder nicht oder was auch immer was du halt machen willst ok jetzt komme ich hab's euch gesagt ich hab's euch gesagt ich hab's euch geht ok 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 leute 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 da den angreifen den angreifen go 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 hoffen es ist ihnen und und jetzt auf um Oh mein Gott. Okay, okay, jetzt müssen wir den verteidigen. So, den neuen Münzen. Wow. Gut gesammelt. Gut gesammelt, Muradin. So. Okay, jetzt haben wir es. Und jetzt. Da machen wir den Camp wenigstens. So, da. Ich fange schon mal an. Muradin kommt hinterher. Oder der macht. Was anderes. Okay, Muradin. Nein, halt nicht, ne? Oh nein, jetzt kommt der Gegner. Gegner, war da. Alter, Muradin, hilf mir. Komm, los, den Wachflug. Go, go, go. Power Ranger. Gut so. Ich weiß nicht, was wir mit Power Ranger haben, aber. Hey, was soll's. Ich sag öfteren Quatsch, wenn ich das Spiel spiele. So, okay, okay, okay. Oh nein, jetzt kommt der andere. Nein, schnell, ein, schnell, ein, schnell, ein. Geh weg. So, da. Komm schon. Alter. Ich komm schon. Mach mal, mach mal, mach mal, mach mal. Go, 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 go. Go, Power Ranger. Go, go, Power Ranger. Okay, okay, okay. Ja, genau. Ja, genau. Ja, 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 gut so, das, das haben wir richtig gut gemacht, Muradin, ich bin stolz auf dich. Oh Gott, jetzt muss ich mal, muss ich kurz zurück. Zum Heilbrunnen, zum Heilbrunnen. Oh, Heilbrunnen. Gut so. Okay. Okay, und jetzt? Muradin, warte, warte, Muradin, geh zurück, geh zurück. Muradin, der, der haut dich grad. Da musst du zurückgehen. So, okay, wir müssen abgeben gehen. Ich geh mal abgeben. Okay, ja, ich komm schon, ich komm schon. So. So, das wird. Okay. Ach so, wir sind, wir sind schon fertig. Oh mein Gott, ist das ja ganz toll. So, okay. Ich komme, Lemming. So, Lemming haben wir uns letztes Mal angeguckt. Und, ja, wir wissen, wie sie ist. Ganz nice. So, und jetzt gucken wir uns Atanis an. Obwohl, ich weiß, wie er ist schon. Aber, ich zeige euch, wie er ist. Er ist extrem stark. Er ist ein Tank, Leute. Nur, damit das so einfach ist. Also Tank sind die, die ganz viel aushalten. Ich komme. Oh nein. Ich komme. Mein Gott. So, und das ist jetzt der Strahl. Natürlich kann man wegrennen von denen, weil die sind extrem langs. Aber, der kann auch sehr effektiv werden. Wenn man zum Beispiel stunts. Und der haut der Strahl ganz schön viel rein. So. Okay, okay, okay. Ja, Leute, wir machen jetzt richtig alle platt. So, kurz, so, kurz. Go, 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 Leute. Go, go, go. Keine Gnade. Ja, warte. Mach mal. Mach mal. Okay, die Nova macht ihre Ulti. Die ist extrem cool. Ja, die ist cool. So. Die hat auch so einen Strahl gemacht. Aber das war so ein Zielstreit. So, okay. Ich greif dein Ding an. Okay, doch nicht. Verdammt. Oh nein, das ist gut. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Wie zum Beispiel da. Da war ich jetzt, geh, verlangsamt. Und, ja, und sie hat den Strahl eingesetzt. Sehr effektiv. Und ja, das hat richtig reingehauen. Ich fühle mit Ehre. Ich fühle mit Ehre. Okay, so. Jetzt hätten wir mal den Muradin. Muradin, ich bin da. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Ich geh mal Deffen. Und hier haben wir Zeit, gut so. Eigentlich nicht, aber es ist halt... Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? gut so das ist gut so wie alle ja so jetzt wird spannend jetzt wird spannend jetzt wird spannend weil genau mit unserer zielteile wird jetzt richtig ganz schön angegriffen die weg wie drache ich habe jetzt kein interesse jetzt auf dich ja er ist halt was ich würde so okay okay und mir ein bisschen gepusht ich gehe mal dürfen so wir gehen jetzt mal runter und schillen verteidigen und kurzer okay 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 das können wir noch gut schaffen ohne was bringt sie damit die gegner aber man da habe ich ja gar keine ja gut so gut so weiter 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 kommt 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 sich zurück gehen können ah ohne das war nicht gut ja los einfach drauf an leute einfach drauf an gut so das will ich sehen so macht den boss los schnell der boss die sind alle tot okay dann halt nicht leute wenn er ja nicht den boss wollte aber ich sage euch wir werden das gleich bereuen okay moment moment was machen gerade jener die werden wahrscheinlich abgeben oder kämpfe er kommen wir machen den boss jetzt kommen wir machen jetzt der boss jolo wir machen wir machen jetzt jolo jolo freule ich denke mal schon irgendwie kommt jetzt kommt ok dann halt nicht kommt sonst wird das nicht leider müsste jetzt irgendetwas machen herumstehen können jetzt nicht kommts wir wissen jetzt ja das wird jetzt nichts glaube ich ja die kommen jetzt hoch oh gott oh gott leute strengt euch ein kommt kommt's go 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 power ranger go 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 leute die goleide ok die kommen die kommen die sind schon da die sind schon da nee nee aber jetzt sind so ok ok aber weiter draufhauen wir haben es wir haben es leute gut so gut so gut so gut so da bin ich jetzt stolz drauf und jetzt zurück treffen ok alle alle checken es gut da bin ich der einzige ok gut so jetzt gehen wir dafür jetzt gehen wir dürfen los weil der post post jetzt oben herum und wir sollten ich soll auch ein stamm machen verdammt zu spiel geklickt ok ok leute wir packen das noch wir packen das noch es wird extrem spannend ich mach mal so ok leute ok leute kommt kommt es ganz an ich schlapp machen macht es bloß nicht schlapp leute bloß nicht schlapp machen einfach einfach weiter weiter go 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 weiter go 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 ich hab's euch gesagt leute ich hab's euch gesagt aber immerhin es war spannend muss ich sagen nicht so wie die letzte runde einmal weil die bericht nicht so spannend aber die war richtig spannend so und das hat mir richtig gefallen und ich hoffe es hat euch gefallen auch wenn wir verloren haben aber immerhin war die runde ganz spannend was ich dazu gelernt habe ich muss sagen wir waren nicht zu aggressiv wir waren nicht zu aggressiv das hat gefehlt wir waren nicht zu aggressiv wir waren immer hinten also ich war immer vorne und die waren immer hinten das hat ja das war halt der fehler muss ich sagen aber sonst waren wir ganz gut echt gut so wir sehen uns beim nächsten mal bei heroes of the store und bei anderen gebrauchen ciao ciao leute